Wow! 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 Joach, Frau Süß! Der Chef hat gesagt, am Freitag müssen wir mit der Strasse da fertig sein. Der Chef kam mir in die Kreuzweite. Ich weiß keine. Aber am Montag kommt die Post und rückt die Strasse auf, bis sie dann immer etwas dazu gemacht haben. Sau. Aber wie viel haben wir noch? Naja, vier Meter werden die schon noch sein. Aha, da haben wir eh noch ein paar Tage Zeit. Also wenn ich bedenke, vor zehn Jahren haben wir die vier Meter in den Frühmittag gepackt. Jaja, das waren halt noch schware Zeiten für den Arbeiter. Ja, wie ist das jetzt? Ich werde verrückt. Was ist denn, Bär da? Schau dir den schon Pracken da drüben an. Wo? Na, da drüben. Hörst du, der Hacki, der hat wie ein Wahnsinniger. Na, ist er deppert? Was glaubt man, wo er ist? Bist du deppert, Hörst? Willst du uns alle loillieren? Hör auf, aber sofort, Hörst! Das sind die Taggräber der Vollbeschäftigung. Und der dazu, wie der in den Aufentagern, da kommt der Schäfglott und zwei Hackeleischel. Kein Wunder, dass die Arbeitsplätze gefährdet sind. Kein Wunder, genau. Meinen Sie solche zu noteln, wie der da in den Aufentagern und für zwei Arbeiten? Hier, was läuft? So, Schäfli! Hier, was läuft? Komm her! Hörschel! So! Oskar! Prost! Prost! Na, Schäfli! Wo Arbeit? Nichts Arbeit! Hä? Nichts Arbeit? Nein, nichts Arbeit. Vollbeschäftigung, verstehst du? Nichts Verstehst? Na, komm her. Geh mal her, wir erklärt dir das, gell? Leg die Schraufli weg, setz den wieder und hol ihn mal zu mir. So, genau, da gehst du runter. Seidst du dich nieder, hat er gesagt. Ja. Aber ruhig zu, weil da kannst du jetzt was lernen. Lausche! Kein Wattenschlapf! Wir in Österreich haben auch Wirtschaftswunder. Wunder! Du, ich glaub, das versteht ihr nicht. Das müsst ihr mir am Anderen erklären. Huch zu mir was nach. Früher in Österreich viel Arbeit. 48 Stunden pro Woche. Politiker sagen, Leute sollen sparen. Heute nix mehr so viel Arbeit. 40 Stunden pro Woche. Politiker sagen, Leute sollen kaufen. Das sind gut für Wirtschaft. Schau! Arbeit ich noch weniger, aber kaufen immer mehr. Ah, ich verstehe. Erst Arbeit und dann kaufen. Nein! Blödsinn hörst. Erst kaufen, dann arbeiten. Nein, auch nicht. Nix arbeiten, nur kaufen. Wir brauchen nichts arbeiten. Ja! Ja! Warum nicht arbeiten? Nein, weil dann wir uns nach gefährden Arbeitsplätze. Hä? Arbeit gefährden Arbeitsplätze? Nein! Möte! Ich nicht verstehe. Der, der macht mich verrückt. Der aus Dessens Maria, das kann so tuner sein. Jetzt rennt ihr nicht auf, Beato. Bleib ruhig, ich bring es ihm schon bei. Schauen wir rup. Hä? Was ist das da vor der Kirchenführer denkt wo? Das da? Ja, das. Krieger denkt wo? Richtig! Und siehst du da, bei den Kriegern denkt wo irgendwo ein Krieger? Ein Krieger, nur vorne. Ah, nur. Denkt wo. Na, also. Und jetzt steht eine Fuhr. Rund um das Denkt wo stehen Krieger. Viele Krieger. Hunderte Krieger. Was siehst du dann? Wir sehen nur Krieger. Viele Krieger. Genau. Und siehst du dann auch noch Denkmal? Ah, nicht Denkmal. Nur Krieger. Eben. Und das du ja weißt. Krieger schädlich für den Krieger, Denkmal. Arbeit schädlich für den Arbeitsplatz. Und deshalb setzt der Fuhr zum Hacking auf. Ha, 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 ha. Hörst, Karl? Das hast du gut gemacht. Nein, danke. Jetzt hat er's glaub ich kapiert. Mürflacht reingehen. Der macht mich verrückt. Miro, Alter, bis du däppert hörst. Von nix tun kannst du nicht streiten. Hör dir das gleich mal schon hin. Schau Miro, wichtig ist, du darfst nix arbeiten. Aber ich Arbeitnehmer. Drum heißt's ja so. Arbeitnehmer nimmt Arbeitsplatz. Und Arbeitgeber? Arbeitgeber gibt Geld. Ah, viel Platz. Ja. Darum sage ich noch Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Wenn du vorstelle, nehmen sie Blut. Ah, das ist okay. Ja. Wir lassen dich doch halt nur Blut nehmen. So ist es. Ah, das gehört mir schon einer. Sonst kannst du nix kaufen. Und wenn du nix kaufen kannst, dann haben wir kein Wirtschaftswunder. Ah, ich versteh. Blut machen nur Geld. So ist es. Ein Wunder. Nein, endlich hat er's kapiert. Ein Wirtschaftswunder. Ja. Schau dir den an. Der begreift, ob er geschwemmt ist. Ja, ich hab ihn ja dran. Schau dir den an. Schau dir den an. Der begreift, ob er geschwemmt ist. Nur so eine Lektion kommt ja nicht den nächsten Wirtschaftspräsident. Ok. Empظ apare ich ganzкие Jahre. Hm. Eingen. Bedeut.